Okay. Das ist auch... Warte. Achso, warte mal. Kannst du etwas runter schieben? Nein. Ich wollte es eigentlich da. Kannst du? Du musst da runter und dann schieben gleich. Achso. Oder so. Oh, das geht mir da hin. Ah, okay. Kann ich hier nicht hin. Okay, das ist hier unten. Thomas ist hier kaputt. Wo schiebt man das jetzt hin? Ich schiebe das da rein. Oh. Äh, äh, äh. Ich schiebe das jetzt hier. Warte, machen wir den Block kaputt. Welchen Block? Welchen Block? Den Explosive Block. Dann schiebe ich das da rein. Wie soll ich denn da rankommen? Achso, den da hinten. Ich dachte, du kannst da reinschieben. Ich kann es aber da nicht reinschieben. Was kann ich denn hier tun? Warum existiert das? Warum existiert alles? Soll ich dieses Ding da reinschieben? Bringt das was? Das stand da ja doch drüber. Well, well, well. Hä? Wow, so confused. Warum ist das da? Was ist, was ist hier? Warum sind wir hier? Und was ist das was? Oh. Ah. Also links ist keine Fake Wand. Was passiert hier? Ich will das nicht. Der Körper gehört mir. Are you sure? Okay. Mann. Aber ich will das Wollknäuel. Wo ist denn hier der nächste Transporter? Warte auf mich. Ich bin tot. Ich spreche jetzt auch voll rein in die Kacke. Wo ist denn der nächste Transporter? Wir brauchen das Wollknäuel. Exit was? Was stand da grad? Wir haben drei Gems. Jetzt können wir den Exit. Aber. Ah. Ich akzeptiere diesen Fail nicht. Ich. Ah. Warte. Scheiße. Ohne mich. Ohne mich. Ah. Okay. Wo ist denn der nächste Transporter? I want to transport myself to the Wollknäuel. Ah. Fuck. No, 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 no. Okay. Warte mal. Ja. Ja toll. Das ist ein Gems. Das war die sinnvollere Weise. Das ist so. Das ist der Kacke. Oh. Danke. Aber er ist trotzdem süß. Okay, komm. Warte. Ich will den angreifen. Nee. Wir wollen jetzt gehen. Geh! Ah. Okay. Komm her. Achso, geht nicht. Geht das? Achso, ja. Das geht. Ich halte weiter fest. Okay. Aber. Hä? Was? Achso. Aber wenn wir jetzt beim Ende sind und dann ist da nicht ein Teleporter. Dann ähm. Aber da geht die. Dann bin ich. Dann werde ich. Dann werde ich. Dann muss ich gucken. Dann muss ich investigaten. Oh. Dann werde ich Stinky Poo. Zack. Das ist schon Bukkart. Bukkart Stinky Poo. Bukkart Stinky Poo. Bukkart Stinky Poo. Ich bin wunderbar. Ich bin perfekt. Ich bin tot. Ist das nicht mutually exclusive? Tot und perfekt? Wunderbar. Wunderbar perfekt und tot. Ja. Okay. Okay. Goodness gracious. Ich bin bereit. Meine Knochen liegen auf diesem Grund. So. Ich hoffe, dass du jetzt da gleich ankommen müsstest. Aber eigentlich. Achso. Was ist das Ding? Super. Ich habe meinen Teleporter gefunden. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Kommst du her. Da 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 da. Brauchst du mich da? Okay. Okay. Das ist so schön, wie schnell man plötzlich fährt. So. Ich mag es, dass ich Femm Small bin und du bist immer geworden. Ja. Ich bin glücklich so fein. Diesen tollen Namen. Ja. Den meine Eltern mir gaben. Ja. Ja. Okay. Ich kann was ziehen, also ziehe ich. Jetzt bin ich gestorben. Extra für dich. Springen wir jetzt raus. Ich hol den Jam. Okay. Alles muss man kleine machen. Ich hol hier. Ich mach das da fertig. Ah. Okay. Ja. Okay. Oh, du da. Mal gucken, ob das eine Katze sein soll oder was es sein soll. Hätte ich gesagt auch. Nein. Das ist alles hier sehr problematisch. Warum soll man die eigentlich umbringen? Genau. Kannst du doch einfach kommen. Nee. Ich glaub, man kriegt da was für. Ja. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch und ich glaub, ich komm hier alleine nicht hoch. Ich kann sie nicht zerquetschen. Vielleicht mit Anlauf. Ah. Nein. Komm her. Super. Jetzt hat sich der Gegner da genauso festgehackt wie der Endboss bei Mass Effect 1. Ja, ne. Ja, ne. Ey, du musst mehr hier. Genau. Äh. Und jetzt? Ich glaub, du kannst auch so alleine da hochkommen, oder? Äh. Wie genau soll ich das tun? Habe ich eben gerade schon drei Stunden versucht. Kann ich einfach... Kann man sich ja festhalten, was ist das, warum holtest du es runter? Ja, ich dachte auch, aber... Zieh, zieh, sonst zieh mich da hinten. Warte. 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 Das geht natürlich auch. Jetzt. Warte. Ich... Okay. Ja. Nee, du kannst mich auch... Zieh mich da. Ach so. Ich wollte auf der Maschine, das hat Flair. Okay, komm her. Sehr gut. Warte. Ich dachte, ich könnte dich nicht da hochziehen, aber... Ich halt mich jetzt nur an den Ding fest. Ist ja klar. Okay, so. Oh. Aha. Ah, okay. Oh, ich... Äh. Warum sind die da oben? Kann man dann da durch? Sie sind nur zur Verwirrung da. Nein. Hochkonzentriert, ja? Ah, ja. Ich glaube, ich habe uns zuge... Ist hier irgendwas? Ist hier jetzt irgendwas? I'm so disappointed! Ich sag ja, zur Ablenkung so... Hier unten ist aber irgendwas gar... Guck mal, dein Gem! Und hier ist ein Delaporter. Oh. Okay. Okay. So, jetzt werf die Werf. Komm her. Okay. Äh... Äh... Nee. Ah, du kannst mich ja. Ja, oder so. Ich kann doch nicht durch. Warum nicht? Was ist hier? Ist hier irgendwas falsch? Wie sollen wir hier hochkommen? Warte mal. I am very confused right now. Kann man ja auch nicht headbutten oder so, ne? Und jetzt? Warte mal, wo kann man diese... Ich zieh's mal runter. Ich wollt's... Mach's mal das denn. Probier das schon mal. Mann, ich will das holen. Was willst du das mal holen? Nein. Oh Mann, jetzt... Alter Mann, ich komm hier nicht durch. Deswegen kann ich das nicht durch die Wolken. Nee, nee, kann man nicht. Go away. Okay, many confused. Ja, sonst probier mal von meinem Kopf aus zu springen. Oder, ne? Oder auch nicht. Okay. Von meinem Kopf aus. Okay. Hol mich da hoch. Warte. Vielleicht kann man ja irgendwie das jetzt hier... Ja, jetzt kann ich... Ja, ist okay. So. So. Was ist? Hä? Okay. Okay, jetzt wird's... Ich muss da jetzt runter, ne? Du musst da... Was muss ich? Da unten ist ein Steg. Schreib da. Okay. Ne? Scheiß vor den Schlagen. Okay. Äh... Ich... Ich komm jetzt aber rüber, ne? Okay. Äh... Ich... Ich komm jetzt aber rüber, ne? Und dann... Warum ist das da? Cheat. Ne? Ah, ich weiß, warum die hier sind. So, ja. Okay. Ah... No. Okay. Ja. Ähm... Hier irgendwas verhalten wir alle. Wir haben keinen Wolknoll. Oh! Aber ich hab das Wolknoll nicht gesehen. Ich auch nicht. Da unten! Unter uns! Scheiße. Das müssen wir jetzt holen. Wie wollen wir da hinkommen? Das geht jetzt... Wie kommen wir hier überhaupt hoch, Judo? So. Ey, ich kann nicht werfen, du kannst mich ziehen. Das müssen wir nur schnell machen. Okay, warte. Drück dich auf mich. Oh. Mhm. Okay. So. So. Aber wir kommen da nicht hin. Ach so. Wozu? Ach, wir brauchen die überhaupt nicht. Ich kann dann halt quasi dann... So. So, ja dann... Komm her, komm her, komm her! Ah! Nein! Wie soll ich das jetzt machen? Well. So, bist du denn im Thema? Ja, ne? Das bringt nicht. Hm, shit. Was heißt das denn jetzt? Aber guck mal, wieso? Ist das schlimm? Okay. Okay. Kim, wir jetzt ein Minus? Oh, beautiful little B. Just for you. B ist auch gut. Ja, ja, eine 2 ist auch gut. Ja, B für Bad. Dachte eben noch für Brüste. Viele Wörter fangen mit B an. Auch Bürokratie übrigens. Fuck you. Wir gehen jetzt Köpfe kaufen. Okay. Wir müssen mal diese Wollknäule mal ausgeben. Aber irgendwie... Ach so, das sind ja Waffen. Oh ja, kaufen wir mal eine neue Waffe. Ich weiß nicht. Wir haben hier ja noch nichts richtig genutzt. So, was haben wir letztes Mal gekauft? So. Ich kann nicht kaufen. Das ist blöd. Pss, pss, pss. Schwarzmarkt oder so. Ja, du, das sind die Wächter und wir sind die... Ach so. Ja, ich hab grad noch was gekauft. Ja, kauf noch was. Aber kann man... Hier kann man nicht, ne? Nee, nee. Das sind, glaub ich, die Waffen dann halt das Frisbee-Ding oder der Ball. Hm. Äh. Was ist denn der denn? Okay. Wir wollen jetzt einen Eisblock. So. Wir haben letztes Mal die beiden gekauft, oder? Haben wir so einen gekauft? Den hier. Okay. Okay. Äh. Okay. What? Der ist toll! Das ist Bernd das Brot! Oh mein Gott, bitte nimm ihn. Ich mein, ich weiß, du bist perfekt, aber er ist toll. Nee, nee. Aber er ist toll. Oh mein Gott. Use your attire, sire! What the hell is that? Ist das ein Feuerball? Ih, wir haben jetzt... Ja, komm hier. Okay. Ich nehm so einen und... Wie kann ich denn die Secondary Waffe aussetzen? Muss wir mal irgendwie nachschauen. So. Oh, ich krieg... Ich krieg gleich wieder so'n Unterzucker, wenn dann der Countdown kommt. Aber es ist ja nicht mal was passiert. Gerade. Also du meinst den Countdown. Ja, hier der Countdown. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Der freut sich da wieder, der Queen. So. Das ist das Feuer. Das war dein. Ne? So. Jetzt... Kann man hier so rüber. Äh... Hey, nein! Ich hab's da hingeschoben. Oh mein Gott! Nein, nein! Zieh's nicht weg! Hier noch. Jetzt... Du musst zurück! Jetzt kannst du halt hier so rauf. Oh! Ei! 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 Ich hab den Jam geholt. Auch schon gesehen. Ich komm mich mal... Okay. Oh. Verdammt! Das wird nie was von uns. Guck uns an. Wir haben eine Kontrolle über unser Leben verloren. Wie bist du da hochgekommen? I don't know. Da ist so ein Protest. Welcher Protest? Ah. Ah. Aber ich bin... Lass dich einfach fallen. Scheiße. Au. Ich bleib mal weg. Okay. Nein. Das ist einfach geschehen. Pass auf. Geh weg. Toll. Mann, das war jetzt stressvoll. Das ist immer noch stressvoll. Wir haben eben nichts geschafft. Hier ist ein Ding. Komm her, komm her. Nee, komm. Aber der ist wohl Knäuel. Wir haben... Du weißt, dass wir... So. Das war es jetzt wert. Ah. Oh nein. Er miaut. Er miaut. Der ist mit einem Erfgen tot. Der ist mit einem Erfgen tot. Ich muss wieder uns hier durchfitchen. Äh, äh, äh. Ich komme hier einfach nicht drauf. Oh, was ist das hier für die Kiste? Okay. Ähm. Und das, meine Damen und Herren, ist der falsche Weg, es zu tun.